Willkommen zurück zu einer ersten Folge von FDB-Infinity, diesmal mit Folge 156. Und ja, wir sind immer noch dabei die Kuchenfabrik zu machen, sind uns gerade ein Zeichen Gangler machen, um Platz zu schaffen für die Zeichen des Sandlaws und ich rede viel zu schnell, dass kein Schwein irgendetwas versteht. Ist cool, ne? Ich kann es eben. Ähm, hier mal kurz in den Raum rein. Was ist das? Das ist der Boilertank. Ach du Scheiße, ich bin viel zu hoch. Äh, viel zu niedrig. Hier dürfte ich vielleicht irgendwo auf Leitung gestoßen, das habe ich schon geblüht. Naja, ich hoffe, soweit kommt es nicht. Der Boilertank ist gut, dann kann ich an Leitung gehen. Glaube ich, wenn er gut ist. Eigentlich brauche ich ja bloß zwei Chests und zwei Expos, also zwei Dinge, die ich feiert muss. Das sollte jetzt nicht so das Problem werden. Aber ich und meine große Klappe sind da natürlich sehr, sehr gut, dann habe ich es kaum gedacht, ne? Oh, danke. Äh, Klappe. Dab und, äh, Dab und Dab und Dab. Dann, addies, 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 addies. Cool, das passt. Ja, das ist schön. Sieht zumindest schön aus. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, aber das ist auch gut, dann kann ich hier an die Glanzleitung gehen. Oh, warte mal, war die nicht voll? Oh, shit, warte mal, war die nicht voll? Hier waren 28, 20, plus 27 sind hier dran. Ach, oh, Mist, das sind nur 29 mit 32. Oh, Gott, so ein Missfieber. Ganz ursprünglich, 29 sind da. Ah, ich habe schon irgendwie, ich brauche nur zwei Chests und zwei Exports und ein Import. Eins, zwei, zwei Exports und zwei Chests. Ich brauche keine Chests mehr. Nicht dein, ja, Mann. Ich brauche deine Angst. Ich brauche es mal, äh, falsches Ding. Ihr müsst ja immer mal die und da mal nachkontrollieren, wenn ihr mir so sicher werdet. Ich glaube, wie geht das? Oh, klar, es funktioniert. Oh, klar. Erstaunlich gut. Cool. Das noch was funktioniert, wie ich es will. Fältig. Äh. Schön, dass es dieses Crafty-Rezept gibt. Lange erwünscht. Jetzt habe ich das VR-Wert, das Werk-Livestormen kommt. Dann bin ich hier aber oben. Äh, wo ist oben? Hier ist oben. 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 Okay, dann falle ich hier Piste 1, hier Piste 2 und hier Piste 3. Dann. Export-Bus Nummer 1, Export-Bus Nummer 2 und ein Imports-Bus. Nach hier. Das Ganze mit Glaskablö. Wie macht's? Und jetzt noch genau 4 habe. So. Und ein paar Kongoliten. Äh, ja. Die muss ich mal drüber holen. Von D-Ut. Einmal, zweimal. So, wir gehen das mit an. Als nächstes brauche ich mal ein Ei. Und ich brauche mal sogar Karnier. Das hier soll der Export-Bus machen. Das hier soll der Export-Bus machen. Ich hab Weed vergessen. Ich mach nur Weed-Chess. Oh, Mist. Äh. Jetzt kommt ein kleines Problem werden. So, dann hab ich auch 31. Und 31 ist nicht schön. Mal ganz abgesehen davon, dass das Ding nicht funktioniert. Weil's nicht verbunden ist. Autsch. Das hat grad echt wegefallen. Das hab man glaub ich gemerkt. Na ja, falsch. Auf jeden Fall. Hab ich schon noch den Export-Bus nicht. Echt. Fort. Und gleich keine Leitung mehr. Das wäre schon 31. Aber noch ein Glas-Kern. So, gut. Dann kommt alles. Wie, vorbei. So. Ah ja, ich kann nicht drücken. Jetzt kommt es. Was kommt denn? Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. So. Das wäre jetzt schon mal der Grundstein für meine guten Produktion. Ähm. Ich habe noch ein bisschen fies baue, dass ich das alles so hinbekomme, wie ich möchte. Am besten wäre nämlich hier. Und. Nein. Ähm. Jetzt kann ich einfach noch ein Kabel hinbekommen. Ähm. Immerhin habe ich immer noch mehr dabei. Ähm. 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 Ich werde Ihnen zeigen, dass ich noch ein Baustein stecke. Hier. Kabel ebenfalls oberhalb, sodass ich alles auf einer Linie machen kann. Fast auf einer Linie. Dann brauche ich die alten Dats. Da ist auch noch da dran. Ähm. Ach. Wie schön, dass du bist. Wie schön, dass du bist. Ach. Was. Ich muss noch mal. Ne. Die Musik ist einfach schrecklich gerade. Das ist schon viel besser. Und das Ding jetzt fertig. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Und zwar keine Rolle. Ich muss so gucken, ob das ein weiteres ist. Ich weiß nicht, ob das ein weiteres ist. Ich weiß nicht, ob das ein weiteres ist. Das ist so schön. Hä? und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Extract Direct 3 Sekunden Max Deck Size 4 Filter Options Blacklist Extract from a Single Slot Ist... From a Single Slot... From a Single Slot... Die Sotenform ist lin... Ach egal... Blacklist... Metadata... Npt... Auditionary... Ach du Scheiße... Also ich brauche eigentlich nur die... Das Make-up Blacklist soll nicht, da kommt eh nur ein Item rein... Extraction... Oh Gott... Okay... Die Dinger brauche ich hier... Auf... Und wieder nach unten... Slops... Und... Wir nehmen nochmal den... Servo an... Was ist das hier eigentlich? Reinforced... Extract from Multiple Slots Speed Boost x 2 Multiple Slots... Ich glaube ich brauche nur einen... Also Multiple ist... Ist Schwachsinn... Oh... Alter... Maximal 6... 64... 0,5 Sekunden... Alter... Leck mich die Bretter... So... Da natürlich noch ein Speed Boost... Brauche ich nicht... Nee... Das sollte reichen... Die Musik ist schon wieder... Kack... Mein Handy hat gerade geblinkt... Handy halt... Die Fresse... So... Habe ich mir ein Handy jetzt gegeben... Alter... Äh... Geben wir mal... Ein paar davon... Muss ich jetzt austesten... Ob das so funktioniert... Wie ich mir das denke... Äh... Falsches Ding... Und darum geht's... Wow... So much awesomeness... Ui... Was ist hier dran? Das ist die Whitelist... Das ist hier auch die Whitelist... Oh... Himmelzwäldig... Gekaputt... Ähm... Oh... Warte mal... Diese funktionieren die eigentlich nicht... Brauchen die Energie? Brauchen die echt Energie? Das wüsste ich jetzt mal gerne... Na... Das funktioniert aber einfach nicht... Brauchen die Energie? Ich muss so viel nachlesen... KMX hat... Item... Nein! Was machst du? From Inventories... Using Thermal... Is this Function... Replace... From Auto... What... 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 Oh... To... To... Ignorant... Du... Mach einfach... Heilige... Muttergottes es funktioniert! Das Ist ja... ..Einfach... Genial. Endlich tut's mal was. Na, viel rumprobieren. Schön. Ja, es funktioniert. Das wollte ich bloß sehen, dass das funktioniert. Ach, bin ich's glücklich. Ähm, das ist sehr gut. Ich muss hier unbedingt aufpassen. Das hier darf nicht kreuzen. Und hier muss ich auch noch Milch reinpumpen. Das wird noch richtig hässlich. Ähm. So, dann darf das hier nicht so mal hin. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Gekrank kriege. Hohohoho. Cool. Ähm. So, als erstes das hier. Macht dann bitte mal, ähm, was auch immer, da rein. Und macht Ignored. Du hier ebenfalls. Ignored. Da sind Eier drin. Macht er das auch? Weil die Blacklist ist aus. Also, nix drin. Nein, ich muss das Item da rein tun. Okay. Besser? Ach, ich weiß, warum das nicht besser wird. Weil ich den hier... Ist der eingestellt? Ich glaube in die hier, ne? Ja, ich weiß, ich bin später über länger. Ja, okay. Äh, das mache ich jetzt noch kurz. Und zwar, das hier soll blau sein. Dann darf der Arisch auch noch blau sein. Und das hier muss orange sein. Ja, siehst du, jetzt hat es, jetzt funktioniert es auch. Sehr toll. Sehr, sehr toll. Okay, äh, aber das war es erstmal für jetzt. Ähm, ich möchte mal viel zu sehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und, ähm... Tja, Comments sind auch immer gerne gesehen. Ja, ich hoffe, ich kriege die Kuchen von Big bald fertig. Und das Lapis ist auch irgendwann da. Ähm, ja. Wenn nicht mehr... Es gibt nicht mehr zu sagen. Also, euch noch viel Spaß beim Spielen. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.